Liebe Zuschauer, es ist Sternzeit 41153,7. Das neue Raumschiff Enterprise startet heute bei uns für Sie ins nächste Jahrhundert. Das Raumschiff ist größer und schneller geworden und mit einer neuen Besatzung unterwegs, um fremde Welten zu entdecken und bekannte Lebensformen und neue Zivilisationen. Ab jetzt können Sie jeden Freitag um diese Zeit die spannenden und gefährlichen Abenteuer der Enterprise miterleben. In der ersten Episode begegnen Kapitän Picard und seine Mannschaft dem Mächtigen und ich wünsche gute Unterhaltung.